Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht es allen gut, ihr seid alle gesund und hatten richtig viel Spaß diese Woche. Leider haben wir nächste Woche Montag bis Mittwoch zu, da ist das Check-In leider nicht auf und am Donnerstag müssen wir mal gucken. Also vielleicht machen wir Donnerstag und Freitag wieder auf. Wenn wir aufmachen, dann ist Donnerstag wieder von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 14 bis 17 Uhr, aber das müssen wir noch spontan entscheiden und wir würden euch dann Bescheid geben. Okay, dann hoffe ich ihr habt ein wunderschönes Wochenende und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Bevor ich euch jetzt ins Wochenende gehen lasse, habe ich noch einmal eine kleine Übung für euch, die ich immer sehr entspannt für den Rücken, die Seiten und den Hals finde. Ihr streckt eure Arme zur Seite aus, dann zieht ihr euch mit dem einen Arm zur Seite und nehmt ihn über oben in einem großen Bogen bis hin zum Boden, kommt mit dem anderen Arm hoch, nehmt den Kopf und führt ihn in eine Kreisbewegung. Dann streckt ihr den Arm wieder zur Seite, nehmt den großen Bogen mit nach unten zum Boden, kommt mit dem anderen Arm wieder hoch und macht einen Kreis mit dem Kopf. Dann wiederholt ihr das Ganze einfach noch mal so oft wie ihr möchtet, im großen Bogen nach unten. Dann kommt ihr wieder hoch, noch mal ein Kreis und wechselt wieder auf die andere Seite. Das war's auch schon. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.